Letztes Jahr war ich in Kroatien im Urlaub mit meinem Bruder und ich habe da zwar noch nicht in die Kamera geredet, habe aber trotzdem einiges gefilmt. Das habe ich dann noch zusammengeschnitten, aber leider ging mir die Projektdatei verloren, weshalb das Video nie komplett fertig wurde. Nichtsdestotrotz habe ich es jetzt hochgeladen, weil das ist ja der Sinn vom Old Footage Friday, dass ich alte Festplatten funde, einfach mal hochladen und veröffentlich. Deshalb wünsche ich euch jetzt trotzdem viel Spaß mit dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es wandert. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.